Im Arbeitstempo antraben, gleich traben. Durch die halbe Bahn wechseln. Schlangelinie durch die Bahn, drei Bögen. Nächste lange Seite auf dem dritten Hufschlag geritten. Aussitzen und vor den Richtern durchparieren zum Schritt, Mittelschritt. Durch die ganze Bahn wechseln. Nächste kurze Seite im Arbeitstempo antraben. Leicht traben und auf dem Zirkel geritten. Zur geschlossenen Seite hin aussitzen und angaloppieren. Ganze Bahn. Eine lange Seite im Arbeitsgalopp. Danach eine lange Seite die Galoppsprünge verlängern. Nächste kurze Seite im Arbeitsgalopp. Auf dem Mittelzirkel geritten und durchparieren zum Arbeitstrab. Gleich traben. Die ganze Bahn. Nächste kurze Seite, die dritte verlängern. Danach Arbeitstrab. Durch die ganze Bahn wechseln. Nächste kurze Seite, die dritte verlängern. Danach Arbeitstrab. Auf dem Zirkel geritten und zur geschlossenen Seite hin aussitzen und angaloppieren. Ganze Bahn. Zwei lange Seiten im Arbeitsgalopp. Danach eine lange Seite die Galoppsprünge verlängern. Zwei lange Seiten im Arbeitsgalopp. Nächste kurze Seite im Arbeitsgalopp. Auf dem Mittelzirkel geritten. Durchparieren zum Arbeitstrab. Leicht traben. Durchparieren zum Arbeitstrab. Sch compromise. Untertitel im Arbeitsland. Vielen Dank.